So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und diesmal sogar mit scharfer Kamera. Letztes Mal war es nicht so scharf, tut mir leid. Das ist mir erst viel zu spät aufgefallen, da war das Video schon hochgeladen. Shame on me. Dieses Mal gestallscharf für euch. Gucken wir uns das Deck an. Rot-Grün-Initiative. Vielen Dank Niklas Holtmann, dass du mich auf Twitter darauf gebracht hast, dass man dieses Deck spielen kann. Ich glaube, meine Community mag das nicht. Mag das wirklich nicht. Die finden es nicht so cool, dass ich Initiative einfach nicht sterben lasse. Und ich habe noch ein paar andere Initiative-Decks, die ich euch demnächst mal zeigen werde. Und da wird noch eine Menge Initiative kommen. Initiative ist nicht tot. Lang lebe Initiative. Und deswegen gucken wir mal rein. Wir starten mit Ländern. Wir haben... Ach, die sind auf Kamera immer so gut zu erkennen. Mountain, beziehungsweise zwei Mountains. Und ein Forest. Ach, die sind so gut zu erkennen. Die muss ich auf jeden Fall für die Deck-Tags weiterverwenden. Ja, mal gucken. Dann habe ich ein Boseju, Who Endures. Tappen für ein grünes. Für zwei Männer können wir dieses Ding aus der Hand abwerfen. Ein Fakt, eine Verzauberung oder ein Land zerstören. Und der Beherrscher dieses Ding darf dann... Also, der Beherrscher davon darf dann sein Deck nach einem Standland durchsuchen und... Ne, ein Landtyp. Landtyp durchsuchen. So. Basic Landtyp durchsuchen. Und uns ins Spiel bringen. Und ja, kostet einmal ein wenig, wenn wir eine Legendary Creature haben. Die haben wir. Die haben wir. Ich musste gerade überlegen, aber die haben wir. Es gibt welche in dem Deck. Dann habe ich ein Wooded Foothills, was aber daran liegt, dass ich eine Budgetoption spiele. Ich würde das gerne in eine Tiger verwandeln. Tiger habe ich aber nicht mehr. Die sind mir zu teuer. Die kosten nämlich Geld. Deswegen habe ich Wooded Foothills genommen. Sucht halt das Land raus. Ist nicht so gut wie ein Tiger, aber ist eine leichte Budgetoption. Dazu zwei Tigers. Ich besitze halt nur zwei. Das ist ein Dual Land. Rot-Grün. Das Fetchland kann man opfern, um einen Mountain oder einen Forest rauszusuchen. Deshalb dürfte das ähnlich kommen. Das findet das. Dann ein Schockland. Stomping Ground kommt getappt ins Spiel. Es sei denn, wir zahlen zwei Leben. Und ansonsten ist es wie ein Duel. Könnte ich auch davon ein zweites spielen. Aber davon besitze ich auch nur eins. Dementsprechend bin ich halt kein modern Spieler. Es tut mir leid. Dann kommen die teuren Karten. City of Traders. Vier Stück. Tappen für zwei Farblose oder... Nee, nicht oder. Und... Und wenn ein Land ins Spiel kommt, müssen wir das Ding opfern. Was ein bisschen ärgerlich ist. Dann, Engine Toom. Bam. Tappen für zwei Farblose Mana. Wir kriegen zwei Damage. Auch das so ein normales Stompy Shell, die versucht, Turn 1 irgendwie drei oder vier Mana zusammenzukriegen. Gespielt. Vier Engine Tooms. Vier City of Trader. Und so ein bisschen rot-grüne Manafarben. Ähm. Das Spannende kommt nämlich jetzt. Das Spannende, was dieses Deck hat, ist gefühlt Infinite Mana. Und zwar Turn 1 und Turn 2. Danach, hm. Schwierig. Wie finden wir das? Wir finden das mit Once Upon a Time. Once Upon a Time. Zwei Mana. Spell. Instant. Wenn der erste Spell ist, den wir in dem kompletten Spiel spielen. Also in diesem Spiel. Nicht in dem, was wir vorher gespielt haben, wenn es 1-0 steht. Dann können wir die Spielen ohne die Mana-Kosten bezahlen. Wir suchen uns die obersten mit Karten unseres Decks. Also gucken sie an. Und nehmen davon ein Land oder eine Kreatur auf die Hand und legen den Rest runter. Das heißt, wir können uns damit Länder finden. Das Spannende ist, wir haben ja nicht nur Länder, die Mana machen. Wir haben auch Kreaturen, die Mana machen. Die wir mit Once Upon a Time auch finden. Übrigens unser einziger Instinct Sorcery Spell. Im Mainboard. Sonst gibt's nix. Wir haben vier Elfische Spirit Guides. Drei Mana kann man aus der Hand exilen, um ein grünes Mana zu machen. Wir exilen das Ding zu 99% der Zeit für grünes Mana. Genau dasselbe haben wir für Rot mit dem Siamin Spirit Guide. Der macht halt rotes Mana. Das heißt, wir haben nicht nur hier Engine Tomb und City of Traitors, die dann zwei Mana machen. Wir haben auch noch acht von diesen Dudes, die auch doppeltes Mana machen, beziehungsweise Mana mehr machen. Und in Kombination machen die halt schon drei Mana. Oder vier. Und Once Upon a Time findet halt beides, was sehr, sehr stark ist. Wir bleiben dabei. Das sind noch nicht alle Kreaturen. Ich zähle das nicht so wirklich als Kreaturen, was da passiert. Ich zähle das nämlich als Mana. Und Mana haben wir noch viel, viel mehr. Wir spielen vier Lotus Battle. Lotus Battle, null Mana, Artefacts, Tappen, Opfern. Wir kriegen Mana beliebiger Farbe. Rot oder Grün. Macht auch wie hier Mana, damit wir Turn 1 halt drei oder vier Mana bekommen. Vier ist uns lieber. Dazu haben wir noch drei Chromox, null Mana Artefakt. Wenn es in den Spieltag kommt, müssen wir eine Handkarte exilen. Und wir können eine Handkarte exilen. Wir können eine Handkarte exilen. Muhaha. Das Ding tappt und macht Mana der Farbe der Karte, die wir imprintet haben. Heißt, wenn wir jetzt so ein Siamin Spirit Guide da reinmachen, macht das Ding beim Tappen rotes Mana. Wir besitzen also vier Doppelmana, äh acht Doppelmana Länder, acht Elfe Spirit Guides bzw. Siamin Spirit Guides und nochmal sieben Petal Effekte mit Chromox und so. Wenn wir nicht auf vier Mana kommen, kommen wir mindestens auf drei. Und dafür haben wir diese Karte. Trainingsphäre. Das ist ein Piece, das ich lieben gelernt habe, gerade über Chalice, ähm, weil Chalice of the Void manchmal einfach nicht ausreicht. Äh, Chalice of the Void kann Dex einfach die ersten zwei Runden einfach nicht tangieren oder sie können drumherum spielen oder, oder, oder. Trainingsphäre Turn 1 ist der Wahnsinn. Ihr legt Turn 1 Trainingsphäre, der Gegner hat ein Problem, er kann bis Turn 3 nichts casten. Selbst wenn der Gegner angefangen hat, habt ihr mindestens einen Turn, wo der Gegner gar nichts macht. Und das ist eine ziemliche Stärke von Trainingsphäre. Und wir haben halt Mana ohne Ende. Und, naja, klar. Chromox kostet dann auch drei Mana, ist kacke. Lotus-Spell kostet auch drei Mana, ist kacke. Das hier kostet kein extra Mana. Das ist gut. Also, das hier schon. Und, ja, apropos. Extra Mana. Trainingsphäre, drei Mana, hat der Fakt. Jeder Spell kostet drei Mana. Da steht er drauf. Und, äh, die Ende, jede Frage, jede, jede, jede Regelfrage, die jeder Judge bekommt, ist, äh, mit Trainingsphäre, fragt der Judge am Ende, hast du drei Mana bezahlt? Und wenn jemand sagt, boah, Fonds so viel, ich hab ne blaue Handkarte diskartet und ein Leben genommen. Dann fragt der Judge, hast du drei Mana bezahlt? Dann sagt er, nee. Ja, dann musst du auch drei Mana bezahlen. Oder, auch ganz lustig, äh, ich kann die Karte spielen ohne ihre Mana kannst du bezahlen. Weil es das erste Spell ist. Hast du drei Mana bezahlt? Nee, hab ich nicht. Dann kannst du nicht spielen. Und das ist sehr, sehr stark. Ähm, es gibt auch ein paar Umwege. Man kann manchmal Mana kosten, wie andere Sachen bezahlen. Ähm, aber, ja, zum Beispiel mit Delph. Aber, ja, Trainingsphäre, sehr, sehr cool. Finde ich hier in diesem Deck auch über Chalice wirklich, wirklich geil. Äh, ich mag Chalice einfach nicht. In dem Moment. Also, es ist einfach nicht gut genug. Dann, wie in allen Decks in letzter Zeit, Initiative. Initiative. Wir spielen viermal den Undermountain Adventurer. Vier Mana, kommst du dir dreckig? Vier Mana, drei, vier, Wachsamkeit. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine Initiative. Und wir können dann tappen für zwei Mana oder tappen für sechs Mana, wenn wir ein Dungeon kompliziert haben. Hab ich noch nie benutzt. Also, das ist ein Sechs-Mana-Ding. Zwei Mana-Ding tatsächlich schon. Ähm, Initiative bedeutet, wir bekommen die Initiative. Das ist eine Art von Marker, der, wenn wir Kampfschaden bekommen, also wirklich Combat-Damage, den wir wieder abgeben müssen an den Gegner. Und wenn wir die Initiative haben, bekommen oder zu Beginn des Versorgungs-Mans haben, so ist es richtig ausgedrückt, dürfen wir in diesem Dungeon der Under-City einen Schritt weiter gehen. Wir haben hier auf der einen Seite zwei Marken, fünf Damage, ziehende Karte und riesige, riesige geile Box. Oder wir haben Skry, Treasure und 4-1er, was so ein bisschen so der mittlere Weg ist. Super, super coole Sache, super stark ist der Grund, weshalb White Plum Adventurer gewandt ist. Was ich übrigens immer noch Bullshit finde. Ich möchte das hier mal gestated haben, das ist Bullshit. Endlich war ein weißes Deck mal gut. Und es war nicht broken. Also, in einem Format, wo ich Turn 1 Spanish Inquisition werden kann, kann ein 3-Mana-3-3er, den ich Turn 1 lege, der mich in fünf Runden vernichtet, nicht zu broken sein. Sorry, Wizards. Und sorry, Hater. Das ist mir geil. Dann, Caves of Chaos Adventure. Vier Mana, 5-3, Trampel. Wenn er ins Spiel bekommt, kriegen wir die Initiative. Wenn er angreift, exilen wir die Obstkarten unseres Decks. Die können wir zusätzlich casten. Wenn wir den Dungeon completed haben, ohne ihre Mana-Kunst zu bezahlen. Was Gutes. Von der Priorisierung her. Ja, er ist 3-4-Wachsamkeit, aber 5-3, Trampel und zieht Karten. Ist wesentlich höher zu priorisieren als der Grüne. Das habe ich am Anfang falsch gemacht. Ich fand den Grünen halt immer cooler, weil er auch Mana macht und so weiter. Aber das ist das andere schon. Das ist schon stärker. So, kommen wir zum Rest vom Fest. Wir haben noch ein paar Karten drin, die ich sehr, sehr, sehr feiere. Unter anderem 4 Minsk und Buu. The Time des Heroes. Vier Mana, drei Marken. Wenn er ins Spielfeld kommt oder zu Beginn des Versorgungsegments, kriegen wir einen 1-1-Hamster namens Buu. Der hat Trampel und Eile. Für plus 1 können wir in der Kreatur mit Trampel und Eile oder Eile 3 plus 1 Marken geben. Wichtig. Ja. Er kann auch Marken bekommen. Ja, das ist stark. 3 plus 1 für 1 Marken bekommen. Oder minus 2. Wir opfern eine Kreatur. Fügen einem Spieler oder irgendeinem Target so viele Schadenspunkte zu, wie die Kreatur Stärke hatte. Und wenn es ein Hamster war, ziehen wir so viele Karten noch. Was öfter passiert, als man denkt. Man spielt den plus den. Hau zu. Nächste Runde hau zu. Flinkt das Ding. Zieht vier Karten. Und geht dann einfach verloren. Unbeantwortet gewinnt der einfach easy peasy das Spiel. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Die ist meine Verzauberung. Ich bin ein bisschen am Durchswitchen. Also hier ist keine, 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 keine richtige Reihenfolge drin. Fable of the Mirror Breaker. Ein rotes, zwei farblose Vantage-Spielfeld kommt. Kriegt es eine Saga-Marke. Oder zu Beginn, nach dem Draw Step, kriegt es auch eine Saga-Marke. Also zu Beginn der Main Step. Und bei dem ersten Ding kreieren wir einen 2-2 Schamanen-Token. Der halt immer wenn er angreift einen Treasure-Token macht. Was stark ist. Das ist Mana. Das ist ganz gut. Bei minus zwei können wir bis zu zwei Karten abwerfen und so viele Karten nachziehen. Auch das sehr, sehr stark. Weil wir sind nun mal ein Storm-P-Deck. Was halt echt teilweise Probleme mit Draw hat. Und naja. Bei drei exilen wir das Ding. Drehen es um. Dann kommt es wieder ins Spiel. Und zwar als 2-2 Reflection auf Kiki-Jiki. Ein farbloses Tappen. Wir kreieren einen Token von einer anderen, nicht legendären Kreatur. Nur sie kriegt Eile. Und am Ende ist es zu witzig geopfert. Können wir halt auch mal nutzen, wenn wir mehrere davon haben, um sich mehrere Sachen zu kopieren. Und richtig auf die Schnauze zu hauen. Und ja. Ganz coole Karte. Vor allem wenn wir sie in End of Turn dann kopieren. Die Tricks kennt man alle, wenn man Splitter-Tone gespielt hat. Und gute Karte. Kann ich nicht sagen, wie gute Karte. Welche Karte wir damit zum Beispiel auch kopieren wollen. Ist Fury. Vier Stück davon. Fünf Mana, drei, drei, Double Strike. Wenn er in Spiel kommt, können wir vier Schaden aufteilen, wie wir wollen. An Kreaturen und oder Planeswalkern. Und wir können das E-Walken, also aus der Hand casten. Dafür müssen wir nur eine rote Handkarte exilen. Am Ende, ich meine, direkt danach wird es geopfert. Wenn es spielfähig gekommen ist. Ist halt ganz witzig. Gerade mit so Enchantments, mit Kiki-Gi-Digi, wo wir ihn dann kopieren können, um nochmal vier Schaden zu machen. Mit dem Case of Chaos Adventurer einfach immer wieder in Initiative zu gehen. Auch sehr, sehr stark. Finde ich. Ist eine coole Karte. Macht sehr viel an Bord platt. Wenn das aber nicht reicht, spielen wir noch Warhammer-Karten. Wie aktuell fast jeder. Und zwar Morlock. Ein grünes, ein rotes und X. 2-2. Wenn X höher als 5 ist, ist mir noch nie passiert. Aber dann würde ich eine Karte ziehen. Und X kriegt er noch mit X-1-1-Marken rein. Das ist ein cooler Tyrannid. Und er hat Tarot from the Deep. Heißt, wenn er ins Spielwerk kommt, fightet er eine Kreatur, die jeder kontrolliert. Wenn die Kreatur stirbt, wird sie stattdessen exiled. Ganz einfach. Super, super coole Karte. Kann man mit Green Sun Senid suchen. In dem Fall ist es halt einfach meistens so ein 4-Manner, 4-4er, der noch eine Kreatur von Getner vernichtet. Was einfach ein geiles Value ist. Gerade gegen Delver oder so. Es ist ziemlich, ziemlich strong. Trin ist faire und konterbar. Macht's auch ganz gut. Das war das Mainboard. Mainboard ist großartig. Mainboard macht Spaß. Das ganze Deck macht übrigens ziemlich Spaß. Ich habe damit ein 4-0 hingelegt bei uns in der Lokal, bei der Local, wie die Jogis sagen würden. Also bei einem kleinen FNM. Wir haben ja in Siegen einmal im Monat Legacy FNM mit so zwischen 12 und 20 Leuten. Und dann haben wir noch unsere Samstagsevents, wo wir auch so zwischen 12 und 20 Leute sind. Und ja, ich habe es am Samstag-Event gespielt. Nicht am FNM, oder? Ne, Samstag-Event. Samstag-Event. Kommen wir zum Sideboard. Im Sideboard haben wir 4 Endurance. Elemental, Flash, Reach. Wenn es ins Spielwerk kommt, legen wir alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl unter das Neck. Und 3-Mann-A-3-4, Flash, Reach ist halt gut. Aber wir können es auch evoken, indem wir eine grüne Karte aus der Hand exilen und das dann halt in ein Spiel bringen. Dann wird es wieder geopfert, aber hat ein ETB und so weiter und so fort. Ganz coole, coole Karte. Dann haben wir 2 Blood Moon. 3-Mann-A-Non-Basic-Lands-Arm-Mountains. Wir können es uns leisten. Der Gegner nicht. Gute Karte. Wirklich, wirklich gute Karte. Dann so ein bisschen gegen Artefakte. Ein Collector-Uv. 2-Mann-A-2-2. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten könnte ich aktiviert werden. Ja, unser Chromox wird technisch gesehen davon auch ausgesetzt. Ist aber egal. Die Decks, die wir damit hitten, die sind dann so im Arsch. Die können einfach direkt aufgeben. Dann 2 Force of Vigor. 4-Manna-Instant. Wir können eine grüne Handkarte exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Wenn es der Gegnerzug ist. Dann können wir bis zu 2 Artefakte und oder Verzauberung zustimmen. Auch hier starke Karte gegen Artefakte und Verzauberung. Wirklich gut. Auch gut gegen sowas wie Turbo Orb. Ist übrigens eine Kack-Karte, Turbo Orb. Immer noch. Dann spiele ich eine Mischung aus einem Red Elemental Blast und zwei Pyro Blasts. Für ein rotes kontern wir ein Spell, wenn er blau ist. Oder zerstören permanent, wenn es blau ist. Der Unterschied ist, Red Elemental Blast muss das blaue Target haben. Und das blaue Permanente auch zerstören. Wenn sich die Farbe ändert, ist das positiv. Pyro Blast kann man einfach so casten, auch auf Karten, die nicht blau sind. Zum Beispiel. Ist selten relevant. Mir geht es eher darum, dass mit Surgical Extraction nicht beides rausgenommen werden kann. Passiert auch nicht so häufig. Wer man gegen dieses Deck spielt, wer nimmt gegen dieses Deck Surgical Extraction rein? Wer? Ich hoffe, niemand. Dann haben wir noch zwei Carpet of Flowers. Auch gegen blau und grünes Enchantment. Und zu Beginn der Mainphase, eins oder zwei, kriegen wir X Mana, beliebiger Farbe. Also nicht beliebiger Kombination, sondern beliebiger Farbe. Wobei X die Anzahl an Inseln ist, der hier dann kontrolliert. Das können wir aber nur machen, wenn wir das in der ersten Mainphase, also wir können es in der ersten Mainphase benutzen. Oder in der zweiten. Aber in der zweiten können wir es nur benutzen, wenn wir es in der ersten nicht benutzt haben. Also wirklich einmal pro Zug, sage ich mal. Und ja, das ist eine ganz gute Karte. Ganz witzige Interaktion, wenn man die spielt. Zweite Mainphase geht, dann hat man sie ja noch nicht aktiviert. Und dann kann man sie aktivieren. Und dann super, super cool. Und diesmal muss ich cheaten, weil die Karte, die ich bekommen habe, war super hässlich. Und deswegen wurde sie zurückgeschickt. Und deswegen muss ich ja einmal cheaten und einen kleinen Trick machen. Und ja, ihr seht, wunderhübsch. Und ich habe Medienproduktion durchgespielt. Wir haben noch diesen Spell. Gaias. Mit Gaias ist es so, es sind zwei Manners Spell, der halt drei Karten aus dem Friedhof wieder ins Deck mischt. Das ist total irrelevant. Also nicht total irrelevant, aber kann schon relevant sein. Wichtig ist halt, wenn der gemild wird, kommt unser kompletter Friedhof wieder ins Deck. Das Spannende daran ist zum Beispiel gegen sowas wie Painter Servant und Ähnliches ist das wirklich, wirklich gut. Und das ist halt wirklich, wirklich schon relevant gegen Painter. Das Target ist halt hier interessant. Wir können halt auch dem Gegner sagen, dass er drei Karten in sein Deck mischen muss. Was ein super coole Tag ist gegen Doomsday. Was ja auch ein sehr beliebtes Deck aktuell ist. Oder gegen jede Art von Tastes-Furacul-Deck. Und wenn wir das Ding spielen, ziehen wir noch eine Karte. Das heißt, wir können es auch noch cykeln. Ist einfach ein ganz nettes Teil. Ich verstehe nicht, warum es jahrelang unter dem Radar flog. Ich hatte jahrelang eins rumliegen. Da habe ich irgendwann gedacht, spielt halt keiner. Und niemand wird jemals wieder Painter spielen. Deswegen packe ich die Karte jetzt und verkaufe sie. Und ein paar Wochen später war Painter ein Deck. Und das muss ich mir neu kaufen. Coole Karte. Wirklich eine coole Karte. Ich hoffe, meine kommt jetzt demnächst an. Gehen wir mal kurz in den Deck-Talk. Ich habe mal so ein bisschen aufgelistet, worauf dieses Deck besteht. Dieses Deck besteht aus Mana. Und zwar eine Menge Mana. Lustigen Interaktionen mit Morlock und Removal. Damit wir den Weg freimachen. Und Trinosphäre, die uns den Weg freihält. Und Fabric de Mirrorbreaker, die halt dafür sorgt, dass sowas und sowas immer kopiert wird. Und zwölf Threads. Viermal, viermal, viermal. Ja, das war's. Also wenn Minskumbu nicht reicht, Caves nicht reicht und der Typ nicht reicht, haben wir halt verloren. Ist halt so. Aber die Turn 1 oder Turn 2 sollten schon ganz, ganz viel Power um das Feld bringen, damit man anfängt zu weinen als Gegner. Und es ist stumpf. Also gerade im Vergleich zum Monowide Initiative ist das hier stumpf. Ich würde nicht sagen dumm. Weil man hat immer noch sehr coole Interaktionen. Das macht immer noch eine Menge Spaß. Aber es ist stumpf. Und das muss ich leider sagen. Ich mag das Deck. Ich finde das Deck cool. Ich werde es auch noch ein paar Mal spielen. Aber es ist stumpf. Und das sollte ein Magic Deck nicht sein. Magic Deck sollte Interaktionen haben, coole Sachen haben. Zum Beispiel Monowide Initiative. Aber nicht sowas. Egal. Ja, könnt mal ausprobieren. Sagt mir, was ihr von dem Deck haltet. Unten in den Kommentaren. Oder was ihr von der Initiative haltet. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm Blackstate. Ciao, ciao.